Musik Du kannst den Ball bei dir entscheiden. Schnell. Drei. Schnell. Schnell. Okay. Nicht gut. So, und jetzt geht's los. Ein Probeschuss, oder? Der nimmt sich jetzt die ganzen Bälle, die wir noch halbwegs schießen. Ja! Ah! Dann muss ich den Scheiß rausnehmen. Der Ball ist super. Ich würde den als erstes nehmen. Vielleicht kriegst du sogar 50 und 100. Ja. Nee, passt nicht, ne? Doch, Latte und runter. Hey! Schnell, du gehst den Scheiß raus. Es gab schon Treffer damit. Schieß es weg, Lucy, komm. Boom! Ich drehe mich jetzt nicht weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das werden wir packen. Wie glaubst du? 150. Nein! Ja! Wie das reicht, Sean? Nee! Ja, natürlich! Mugo! Mugo! Help mich! Trust me! Trust me! Trust me! Trust me! Wuhuuu! Piuuuu! Doch! Puhhle, Alter! Mugo ... Ein bisschen! 50. Dauere ... 50. Du brauchst 100! Das ist gut. Ha! Ich habe diese auch! Diese auch! Das machen wir bei unentschieden eigentlich dann. Stechen? Es ist egal, was du hattest, Mo. Es ist egal. Leicht ab. Leicht ab. Anlauf ist zu lang. Dann sucht jetzt für jedes Team, für das andere Team zwei Bälle aus. Den Würfel und diesen hier. Also wir nehmen den Würfel und den Football. Mehr Power. Mehr Kraft. Super toll. Wo sollte der genau liegen? In der Mitte? Zwischen der Mittelpunkt und der 16er? Wo ist die Mitte hier? Die liebe ich ja. Die Bälle vom Schiedsrichter noch mal woanders hinlegen. Hey, komm. Ein bisschen noch. Ein Meter. Ein Meter. Ein Meter. Ein weiterer. 30, 30. Hahn, zehn risque. Ja! 50. 100! 100?! Danke. 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 Danke.